ja einen wunderschönen prächtigen herzlichen willkommen bei big ambitions das spiel ist endlich draußen ich hatte das schon seit sehr 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 lange bei mir auf der wunschliste und da habe ich in der bibliothek ein bisschen rumgestöbert und wurde mir gesagt alles klar das spiel ist jetzt da und ja da dachte ich mir ok holste und hab das dann gestern ein bisschen ausgetestet also vier stunden höchstel höchstel und ja es macht wirklich richtig richtig viel spaß wo man so richtig okay ich fange am arsch der heile unten wirklich an also mitten im brennpunkt und arbeite mich immer hoch selbstständig zu werden und so weiter und so fort und da dachte ich mir ja story game alles schön gut nur ich würde es gerne auf meiner art spielen ohne irgendwie story mit den ganzen rung schaffen und so weiter und so fort na da bin ich okay machst du mal ein sandbox aber mit dem kapital von 4000 und ja dann würde ich sagen fangen wir direkt auch an dem allerersten punkt nämlich job so dann brauche ich erst mal eine wohnung die einzelhandel nicht da schöner wohnen und laufen noch mal hin weil ich sage sie durch story game ja da wirst halt viel geleitet bekommst auch ein eigenes auto irgendwann mal will ich aber nicht weil ich will mir das schon gerne irgendwie selber finanzieren und ja es wird zwar ein bisschen dauern dafür ist aber auch da und ich hoffe dass ich mir das haus jetzt mieten kann ja kann ich sogar perfekt so ich habe kein bett scheiße dreck was heißt ich müsste jetzt einmal zu ikea wahrscheinlich eine richtung ein möbelhaus da ganz unten ja gut zeit haben wir ja vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwo eine bank wo ich mich so paar stündchen mal falsche richtung was sagen hier festlegen so wo ich mich eventuell vielleicht mal kurz mal hinlegen kann um mich mal auszuruhen wo vielleicht direkt bei ikea schlafen wo heißt ikea das heißt ikea also möbel geschäft ich hoffe nur dass es dass das bett nicht so teuer ist das haus muss ich auch komplett einrichten ja wird lustig das ding hätte ich auch gerne perfekt so hinlegen soll ich denke ich mal für zwei also zwei stunden knapp hin soll ich bisschen genug alles klar perfekt energie habe ich so jetzt brauche ich erstmal irgendein bett wo ich couch weiß nicht ob ich mich da hinlegen kann normalerweise ja aber ich bin mir da nicht sicher bevor ich mir irgendeinen schmuck kaufe hole ich mir lieber irgend so ein gerümpelbett 4000 man gibt es ja kein 0815 bett 400 bett kann ich ob da schlafen noch so ein ding ja sieht nach einem normalen bett aus wo ich schlafen könnte nehme ich mal mit ja ok so haben wir schon am bett so geht das erstmal wieder runter da brauche ich noch einen kühlschrank da bin ich auch noch mal 1 8 glaube ich los ja guck mal mal so hat ein haus dann machen wir hier unseren ziel kurz hin das ist egal welches hauptsache in der nähe dann brauche ich wie gesagt nur kühlschrank und dann wäre so gesehen mein start ja an sich fast fertig da muss ich nur noch so gesehen ja damit anfangen mein laden aufzubauen ich bin mir überlegen ob ich wirklich ein geschenkeladen aufmachen weil es denkt man es ist so gesehen das kleinste was man so gesehen nehmen könnte also was auch zumindest auch gewinn macht weil so ein restaurant so weit ich denke mal da wird man sehr viel in die miesen gehen weil man auch viel vor kapital haben muss also generell kapital so kann ich denn ah ok hier kann ich schlafen perfekt so dann machen wir eins gehen wir mal oben zur einrichtung das habe ich auch schon gesehen da werde ich mir erst mal kühlschrank besorgen ach sehr ruhig da vorne ach hätten wir das schon mal geschafft und dann versuche ich aber auch ohne kredit das ganze zu machen weil ja ich müsste mal gucken inwieweit ich das vor deichseln könnte bei lager also damit das geschäft aufbauen kann ich baue erstmal so ein regal 1 2 so trese ist mal fünf da bin ich bei 1 7 1 7 1 9 2 8 2 8 für innenausstattung so da brauche ich noch so ein reihungs ding also sind wir bei roundabout 3000 so dann fängt es aber damit an ich brauche noch die produkte wenn ich auch so prima daumen noch ein tausender mit drin also ich brauche im schnitt damit das alles ohne probleme funktioniert 5000 wird knapp aus griechen so müssen wir wieder raus muss was zu essen holen ok was problem ist ich müsste auch noch auf ein auto sparen damit ich mir von a nach b das ganze schleppen kann sonst müsste ich mir einfach eine sackhaare stibitzen ach so eine sackhaare klauen und das dann mit nach hause nehmen so haben wir das erstmal perfekt was gehen wir raus so das brauche ich jetzt weiß ich schon wo ich lang muss also wir haben jetzt 314 auf der kante ist wenig stadt kapital aber es soll nicht so einfach sein ich denke mal geschenke laden werde ich wirklich machen gucke was es noch so möglichkeiten gibt aber so ein geschenke laden das ist glaube ich so das erste was man machen könnte so dann snacken wir kurz jetzt legen wir uns mal hin ähm wir haben es ja 23 ich wollte gerade sagen äh 17 uhr 7 und 7 machen wir 13 stunden 12 stunden lege ich mal hin so perfekt so ausgenüchtert dann geht es mal zum ersten arbeitstag das weiß ich nicht ob ich auch ein Kredit kriegen würde müssen wir austesten dann würde ich vielleicht so um 5000 vielleicht doch noch einen Kredit aufnehmen damit ich wirklich das Minimum vom Minimum habe und damit auch das ganze refinanziere mit meinen ähm fahrzeugen und so weiter und so fort so zack so 470 dollar bin ich mal gespannt ob ich überhaupt ähm Kredit kriegen würde ähm machen wir mal 5000 habe ich noch ein bisschen was für mich könnte zurückzahlen welche können mit 2370 boah das wäre ja nicht mal ansatzweise ne ich glaube das regelt sich nach dem wie viel ich Bares noch habe ich muss noch gucken was ich auch noch an Kaution überhaupt bezahlen müsste damit ich mir überhaupt diesen Geschenkeladen kaufen muss weil das habe ich immer nicht ausgerechnet ich denke mal es wird auch immer so ein Tauri sein gucken wir mal Einzelhandel das ist hier ok hat sich also auch immer ähm 400 das wäre direkt hier nebenan bei mir das ist ja geil das wäre direkt hier einfach mal zwei Häuser weiter ich glaube das werde ich mieten ja ok so dann machen wir 12 Stunden immer 156 am Tag gemacht na gut essen kann man immer noch gut dann müssen wir jetzt noch zur Arbeit also das wird jetzt ein bisschen Zeit entkaufen aber jetzt so Pi mal Daumen ja ich bin mal gespannt also wenn ich jetzt wieder arbeite bin ich hier so bei 600 da müsste ich ja rein theoretisch eventuell wieder äh heute frei oder was ach ich arbeite heute gar nicht ach so ok na dann brauche ich mir immer noch was zu essen so zack also habe ich keine Probleme mit dem Essen dann ja 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 da müsste ich mal gucken wie weit jetzt muss ich ja hin und her laufen weil ich ja gar kein Auto habe aber da ist ja eine Sackkarre glaube ich im Laden immer drin wer ist das denn bei mir hat er gesagt ich habe einen arbeitsfreien tag stimmt denn mit dir nicht hat er gesagt meine schicht beginnt doch nicht habe ich es verlesen habe ich mich da gerade für guckt ich konnte nichts machen jetzt geht es verstehe ich nicht hat doch nicht funktioniert vorhin da bin ich mal gespannt was er jetzt sagt ich habe es bekommen sehr geil nicht erwartet noch erwartet okay dann kaufen wir mal so zack miete neues unternehmen gründen also geschenkläden gibt es hier in der nachbarschaft 0 deswegen fände es gut welche geschenke laden mache tourist juwelier nur das denke ich mal das wäre extrem teuer ich mache doch lieber geschenke laden das ist mir ein bisschen zu tricky wir nennen es firefly gift so also er braucht ja sowieso noch nicht weil ich habe nichts aber ich bräuchte erstmal ja genau ich bräuchte erstmal meine utensilien ob ich überhaupt was verkaufen kann so sakkarre also ich brauche eine theke eine kasse das brauche ich einmal und ein abgerundetes regal also noch mitnehmen ja das wären 2077 wo ich blank bin ok bei rein theoretisch kann ich so machen dass ich die öffnungszeiten so ein baue dass ich zumindest vier stunden vielleicht nur noch arbeite also in meinem eigenen geschenke ich weiß gar nicht ob das überhaupt funktioniert ob ich dann einmal arbeiten und dann in meinem geschenkeladen nachher nochmal arbeite sollte an sich machbar sein so theke platzieren das wirklich hier vorne haben zack registrierkasse zack dann abgerundetes regal das muss ich einmal kurz hier hin aber gleich mal direkt hier vorne hin einkaufskörbe das platziere ich gleich direkt mal hier hin gut was habe ich noch 2000 habe ich noch über rein theoretisch sollte das ja noch reichen jetzt muss ich erstmal den großhandel finden der großhandel der ist da brauche ich nicht mehr da hinten ist er wie hat denn der auf bis 20 Uhr wir haben es 18 Uhr müsste ich auch morgen verschieben da ich noch ein bisschen mehr geld legen wir uns mal hin aber acht stunden ein paar stunden können wir noch so dreieinhalb warum ist die zufrieden immer noch so weit unten will nämlich verarschen du hast doch jetzt alles na gut ich gehe mal stark davon aus dadurch dass ich jetzt das wahrscheinlich sorgen hatte umsatz bla 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 kann ich mir vorstellen aber sicher bin ich mir da nicht jetzt brauche ich einmal hier und festlegen zack das muss ich überlegen was brauche ich denn jetzt eigentlich so kurz zwischenstopp was zu essen holen so war kann ich nicht mobsen schade fühle mich gerade wie in oldschool gta gleich eine waffe rauszucken und da ist man gleich ein auto überfallen da ist doch eigentlich gar nicht so lange aber mit dem auto dauert sich mal sogar noch länger wegen parken hin und her so also sackhaare ich brauche eine papiertüte preiswerter da nehmen wir mal 8000 kostet das oh shit das sind 1000 tüten ja ok soll das mal reichen dann tinge ich ihnen hier kurz mal an ach so kurz parken tack hallo ne das will ich noch nicht weil ich glaube den habe ich jetzt ja sehr schön das heißt ich brauche nicht extra hierher laufen um einen vertrag aufzubauen weil die so ich das gesehen habe liefern dann automatisch ich weiß auch an bestimmten tagen das was du berühmte ist so habe ich das schon hinter mir sonst vergesse ich das und porsche alter verwalter mit einfach so porsche die gegend kebabs alles klar so wenn man das schon mal dann kann ich rein theoretisch schon anfangen auch meinen gewerbe aufzumachen weil ich hätte eigentlich alles da lege ich noch einmal hin das nervige ist halt nur das ab und zu mal das mitten im gebäude ist mit den ganzen infofeldern ist bisschen nervtreibend aber das passt schon machen wir mal 1 4 5 ja aber ich kann auch endlich meinen job kündigen und mich damit ergötzen meinen laden auf vordermann zu bringen dann kann ich gleich ja genau ich kann mir gleich mal reihungsmittel noch mitnehmen und ja dann müsste ich irgendwann mal anfangen mir mitarbeiter zu besorgen für den kundenservice und für den reihungsdienst erst mal muss ich alles selber machen das wird sehr lustig so ab und freier tag ist heute ok kündige ich heute schon ach ja noch einmal kurz eins mit das ist noch etwas stellenangebot mäßiges ne ok also 800 dollar hätte ich wage ich oder wage ich es nicht ich mache es einfach so muss ich mal gucken ob ich bei mir überhaupt uniform oder sowas machen könnte weil das habe ich nicht nachgeschaut ja schön das ist so ein schöner kurzer weg das ist richtig geil so also brauche ich kurz mein telefon mit man tageseinkommen kann ich mir hier irgendwo Inventar Zeitplan Ach hier wahrscheinlich Nee Mh 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 Da kann ich ja mein Logo festlegen. Das geht glaube ich nochmal den Mitarbeitern. Egal. Also Zeitplan. Ich habe jeden Tag natürlich geöffnet bis auf Sonntag. Von 8 bis 18 Uhr passt. Egal. No risk no fun. Ich kündige. Hau ab man. So gucken wir mal ob wir überhaupt was verkauft haben. Das ist das Wichtigste. Zack. So und jetzt muss ich erstmal unbedingt mein Wischiwaschi holen. Aber ist das ein Mustang. Oh ja Baby. Ich will den haben. Ich hoffe ich kann mir den kaufen. Oh so ein schöner Mustang. Das schmeckt natürlich. So. Dann gucken wir mal dass ich jetzt mal ein Reinigungsmittel hole. Ja 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 ja. Das brauche ich. Und das wars. Zack. Hallo. Einmal bitte kaufen. Danke. So. Wieder zurück. Lauf Forest. Lauf. Zack. Das müsste ich nur gucken. Woran es liegt. Das ist ein Wohlfühl oder sowas. Wie er gut gelaunt ist. Aber zufrieden halt glaube ich. Ich glaube das wird sich bald liegen. Sobald ich dann Umsatz gemacht habe. Ne. Falscher. So. So. Das packe ich hier hin. Da war echt wenig Platz. Das packe ich mal hier. Hier hin. Ist hier schon irgendwas schmutzig? Ne. Da muss ich noch den Innenraum noch ein bisschen ändern. Eieieieiei. Okay. Ich denke schon reicht erstmal. 72. Immerhin etwas. Dauert zwar ein bisschen bis ich mir einen Namen gemacht habe. Immerhin. Guck mal kurz. Zufriedenheit. 69. Okay. Kundendienst. Ja. Okay. Könnte besser sein. Ja. Ähm. Der Innenarchitekt. So. Damit gestalten wir das ganze mal. Gucken mal. 30. 25. 30. 30. Hier. Was denn? 1500 würde mich das kosten. Boah. Ne. Ja. Was würde die Wand hier kosten? Ah. Das ist glaube ich das hier. Ja. Okay. Das wird noch dauern. So würde ich sagen. Epilopi. Apigalopi. Hier schon wenn wir jetzt hier noch ein paar Manikiken sehen würde. Wie die hier hin und her und rein laufen alles. Okay. Ich muss mal sauber machen. Das sehe ich gerade schon. So. Zack. So. Einmal sauber machen. Hier sauber machen. Hier sauber machen. hier. 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 Kommen wir mal rein. Dann müssen wir gleich mal gucken. 300. Jawollah. Warum bist du so mies gelaunt wenn ich so viel Gewinn gemacht habe. Hä. Was stimmt denn mit dir nicht. Äh. Sauberkeit. Ist es immer noch zu wenig oder was. Ich habe doch alles sauber gemacht oder nicht. Hier ist kein Schmutz mehr. Ja. So. Gucken wir mal. Ob der jetzt wieder runter geht oder hoch. Gleich bleibt. So. Was sagt Bits. Sagte da irgendwas. 84. Wo ist das hier noch bitteschön schmutzig. Aber ich werde mir gleich Angestellte holen. Zumindest für die Reinigung. Zack. So. Müsste ich noch gucken. Wie ich das dann gleich hin deichsel. Kann ich direkt eigentlich schon machen. Ich weiß es gerade gar nicht. Äh. Kein Umsatz. Oh. Wieso war kein Umsatz. Ach so. Ist ja. Ist ja. Sonntag gewesen. Deswegen. Hier ist auch Sauber. Hier ist auch Sauber. Da. Kennt man halt leider so schlecht. Muss noch kurz nachgucken. Wo ist die Personalabteilung. Äh. Personalvermittlung. Da. 4 Stunden. Gucken wir mal. Wieso ist die Zuneigung unten im Keller. Ich verstehe es nicht. Was läuft mit dir falsch. Kann ich mir gleich mal angucken. Was da mit dem los ist. Wieso. Geht das immer weiter runter. Ha. Ich mach eins. Ich werde mal. Einmal kurz. Für morgen. Nicht öffnen. Ich glaube ich hier. Wegen ganzen Kunden. Diesen Terrier. Ich glaube deswegen. Dass das wahrscheinlich. Mit zusammenhängt. Ähm. Heute ist. Montag. Dienstag. Geschlossen. So. Gut. Dann würde ich sagen. Legen wir uns einmal hin. Wir das mal vorbereiten. Und. Ja. Dann würde ich sagen. Sehen wir uns. Das nächste Mal wieder. Ich versuche. Zu. herauszufinden. Seine. Zufriedenheit. So weit unten ist. Oh. Das kann daran liegen. Weil er permanent. Nur am arbeiten ist. Das kann natürlich. Auch sein. Also deswegen liegt. Aber egal. Ich schaue. Dass ich mir das gleiche. Mal. Personal. Suche. Wo wir uns da gleich. Auf den Weg hin. Wie auch immer. Dann würde ich sagen. Bedanke mich. Fürs dabei sein. Wünsche euch. Einen wunderschön. Prächtigen. Euer Keule. Ciao. 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 Ciao.